Hallo, Willkommen zurück zu dem der Alligatoren mit Granatenabschieds und Krokodilen Ja, ich will da nicht schwimmen gehen Ok, jetzt Ja, wir müssen hier rein Kann mich aber ehren Vielleicht, aber ich will mich noch weiter umgucken Aua Achja, wir können sie ja sprengen Geld Schädelalarm Schädelalarm Den haben wir schon Barsch mich Ne, wir haben den nicht Oh, hallo? Das ist so dumm, wir waren hier doch noch gar nicht Ähm, doch anscheinend schon Naja, möglicherweise war hier noch kein Wasser, deswegen nichts anderes Der Schädel, da haben wir aber noch nicht eingesammelt Jetzt fällt nur noch einer in dem Bereich Ja, find ich gut Das ist der großen Main-Area Das war wahrscheinlich der da hinten Wenn der richtig ist, oder? Aber da kann man den durch Was ist da? Oh, hier kann man ausscheuern Oh, hier kann man ausscheuern Oh, hier kann man ausscheuern Jaaaa Jetzt sind sie außen Gar nicht Ah, Insekten! 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 Ja, äh, passt in kurz Ich hab's gleich Insekten! Okay, ich hab's gleich Hahahaha Komm zu meinem Flammenwerfer Hä? Hat der wirklich so wenig Reichweite, oder? Schaut das nur für mich so aus? Ja, sieht wirklich schlecht aus Jetzt kam ein bisschen Feuer raus Naja, es geht Hätte ich mir auch cool davor gestellt Jetzt haben wir aber Zeit, es uns nochmal durchzulesen Der ist stark Genauso stark wie der Granatwerfer, aber halt lustiger Naja, nicht genauso stark Bei mir haben die gleich viel Was? Ja Ja Ja, okay, stärker Aber der hat Feuerkraft Nein, was? Es gibt doch nur... Bist du verarscht? Der hat mehr Feuerkraft Oder Feuerrate Ja Weniger Munitionsstoff brauchen Bisschen Ich schau nur auf Waffenstärke gerade Ja, die ist mir ja Halb egal Ja, aber Ich weiß, wie ein Granatwerfer sich von einem Flammenwerfer unterscheidet Also muss ich wissen, was davon mehr Damage macht Oh mein Gott Ich will da nicht drin schwimmen Na gut Du musst dann das deaktivieren Ja, dann geh mal hoch Ah... Ja, da hast du recht Du kannst es nicht sehen, aber trefft sehr gut Dann mach mal Q bei dem Auge Special Delivery Kannst du jetzt ja weiter gehen Anscheinend Ich habe es ja, weil du hochkommst Also vielleicht willst du mich mitnehmen Äh, vielleicht doch nicht Ja, ich will dich mitnehmen, ne Nein, du nimmst mich nicht mit Nein Ja, aber ganz vorsichtig um die... Achso, ja, lauf Ah! Nein! Oh, was tust du? Ja, zumindest bin nur ich verweckt Du hast es nicht berührt Aber das war keine Feste, oder? Oder war das eine? Ich hab mir noch nicht durchgelesen, was wir hier tun müssen Es stand nämlich nicht da, als wir rein sind Hier steht... Wir sind noch nicht in einem Dungeon Hier stehen nur die Schädel der Gebiete Ist das dann eine Herausforderungskrab? Vermutlich, ja Deswegen hat er auch nichts gesagt, der Typ Danke fürs Mitdenken Wäre nie drauf gekommen So... Du bleibst einfach... Also bei mir warst du gerade ein bisschen sehr hoch Ja, bei mir auch, aber es ging... War nur die Zehenspitzen Nice Oh, Leute, ich bin da gar nicht auf Welt rum Hä, was hast du gerade bewirkt? Ach, da unten? Äh... Warte, was? Achso... Die Köpfen da... Ja, lass mich... Dann müssen wir so starten? Oder... Bist du da runter? Nein, du musst runter Du kannst nämlich, wenn du das Seil benutzt Nicht mehr da drauf schießen Und ich schon Ja, genau Okay, ich kann auch nicht Ich kann mich nicht wehren Wie soll das gehen? Bin ich jetzt... Oh Hör du mal an... Obwohl, ne, das bringt so nichts Warte, ich setze trotzdem eine hin Ja, aber die explodiert, wenn die meine explodiert, glaube ich, ist, oder? Nee Na, wenn du meinst Wir werden sehen, keine Ahnung Okay, meines Weges Aber ist ja auch wurscht Musst ja jetzt nur Ach, du hast mich runter Ja, das ist verrückt Ja, keine Ahnung Ja, du bist nach hinten gegangen Du hast doch mich hochgezogen Mein Geld, jaaa Und dein Auge Und die ganzen anderen Augen Da kann ich jetzt irgendwann runter gehen? Ja, kann ich Die kannst du übrigens da schießen Ich weiß nicht, ob das Problem ist, wenn sie die nicht sehen Ich werde jemanden wählen Hat eine Plattform gehört Ja, ich Genial, weiß Die Kurve Ach, muss der hier hoch? Weiß ich nicht Also ich mein, wir brauchen sie da hinten Ich weiß nur nicht, ob wir sie unten oder oben Oh, oh, so... ja, ne, die Säule ist weg Ich bin weg Ich bin da ganz oben auch noch drin Oh mein Gott, ich glaube ich hab das sogar erwischt Fällt mir schwer da Ich glaube ich hab jetzt alle erwischt, kann das sein Ja, aber die Fackel leuchtet noch nicht, oder? Hast du die schon angezündet? Ich weiß grad nicht ganz welche du meinst Die ist auch nicht mehr ganz im Bild Jetzt ist sie im Bild Oh, nach der hinten Ja, du bist smart, du hast sie entdeckt Dein Geld hast du dir verdient Ahja Hat dir anscheinlich nichts gebracht, Globeschies alle auszuschalten Äh Ich soll es nicht angucken Ich schütze den Ball Ja Oh Muni, danke Oh lol, die haben so einen Poison Ja, oder Wenn ich Feuer benutze, zündet es den Boden an, weiß ich nicht Aber das nervt Glaubt nicht Das sieht grünlich aus, das ist eher okay Achso, da ist ja alle ein... Ach, wir sind schon fertig wieder Oh ja? Ja Wey, wir sind schon fertig? Ja, wir sind schon fertig Wir bringen den da rein Nö Das hab ich nicht vor Ja, willst du ihn sonst hinschieben? Ja, hier hin Ja, hab ich doch gesagt, da rein Da ist für eine Arena Osiris wusste nicht, dass ihn sein Orakel verraten hat Alles was es sah, habe auch ich gesehen Und das hat ihn das Leben gekostet Und jetzt kostet es euch das Eure Ist das ein Orakel? Ist das ein Auge ein, Boss? Oder... Los, los! Ja, ist er da ist Ja, ist er da ist Ich setz schon mal Okay, mach Okay Ah... Ah, noch nicht Da ist es! Endieren! Ich bin Ah, noch nicht Ah, noch nicht Dürfen! Anh Glocken Ich hab nicht. Mein Gott, sind das viele Käfer? Geht's aber langsam. Da ist der Adar. Ist doch irgendein Aufwärtsstegment. Ja, das habe ich nicht kommen sehen, stand da. Lol. Es muss eigentlich Story sein hier, auch wenn es kurz war. Das ist ja kein richtiges Grab. Ja. Das ist keine Niederlage. Oh mein Gott. Ich bin hier und kann durch euch sehen. Ihr seid nichts als taub vor mir. Wir haben deine Diener besiegt. Immer und immer wieder. Du magst es nicht erkennen, aber wir werden dich aufhalten. Vielleicht war ich zu nachsichtig mit euch. Aber das wird sich ändern. Ja. Ihr willst da haben? Nein, das ganze Stück. Wollt ihr mich holen? Ich wollte mich holen, aber gut. Wolltest du nicht? Endlich. Mit Osiris Stärke können wir diese Flut beenden und uns Sobek stellen. Was? Aber ich will doch nicht gegen Sobek kämpfen. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Da denke ich mir aus. So. Spanne den Regen. Sollen wir da rein oder nicht? Sollen wir da rein oder nicht? Sollen wir da rein? Okay. Hier hat das Wasser auch einen Weg geschaffen. Wo willst du denn nicht? Ja, ich wär's. Den Regen nützen. Ja, unter Umständen. Ah, guck mal da unten. Wie kommen wir nicht ran? Wie kommen wir da hoch? Weil ich mein ohne Wasser kommen wir da auch nicht leichter hoch. Also, wie kommen wir da hoch? Weißt du, es gibt noch das Regen und dann Gefrieren? Ich glaube, es gab ein Eis dann geholt. Ja, das hier gab's auch. Wahrscheinlich wird der See hier einfrieren oder so. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man hier überhaupt auch was zum Ausdrehen benutzen kann, herbringen soll. Müssen wir doch erstmal den Regen beenden, wie es scheint. Ah, okay. Das ist schon komisch. Wir machen mal rumgelutscht. Da haben wir doch eigentlich einen sehr guten Ping. Glaub ich zumindest. Also wir wohnen so weiter. Das Modell des Räderwerks. Kann es auch das Wetter kontrollieren? Kann es auch das Wetter kontrollieren? Osiris war der weiseste von uns. Er hat diese Maschine gebaut, damit kein Gott seine Macht gegen ihn wenden kann. War gut geklappt. Würde sie dieses Gerät vollständig kontrollieren, wäre die ganze Welt in Gefahr. Okay. Endlich. Der Sturm legt sich. Osiris hat Sobecks Macht gebrochen. Schnell! Zum Tempel! Ich habe dieses System aber noch nicht ganz verstanden. Ich habe einfach nur gedreht. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht oder so. Aber es war wohl richtig. Ich meine, ich habe Tage eingestellt und dann haben wir jetzt hier irgendwie die Uhrzeit geändert. Aber scheinbar ist deswegen der Regen weg. Frag mich nicht, was das... Naja. Immer wieder hell. Endlich ist wieder düster in der Wüste. Schön trocken, wie es sich gehört hier. Was sagt die Statuen? Da lag? Das Wasser hat neue Wege eröffnet, aber wie es aussieht... Die große Pyramide. Da war der Sobeck drin. Tja, dann sollten wir den Großen lieber nicht enttäuschen, was? Aua! Mit Halt tot. Wir sind fast da! Schnell! Rein da! Als hättest du mich vom Blitztreffen saßen sollen. Aber gut, kommt, scheint Heilung ist echt egal. Oh mein Gott! Scheint war aber er, der die Wüste gemacht hat. Ne, sowas kann der doch nicht. Er hat sich selbst gebliffst, denke ich. Das tut er ja nicht gut. Eier ist noch... Da ist er noch... Da ist er noch. Guck mal. Ach, keine Pumpe! Jaaa! Da ist er. das ernst meinen würde ich merke den unterschied beim flammenwerfer einfach gar nicht aber die schoss ist toll wenn man mit dem ding schneller schießen will da muss man quasi die schusspattern unterbrechen ansatz und schießt die so langsam ach stimmt das wasser zieht sich zurück osiris drei minuten drei zeitbomben gleichzeitig ein diener das sind die zeitbomben wahrscheinlich einen diener und zeitbomben großer zubek das sind die sterblichen die einen heiligen regen versieben ließen und deine diener getötet haben zeigen wie ein wahrer gott seine schulden begleicht ja ja drei minuten ja wir machen die anderen zwei sachen zuerst oh gott das erinnert mich ja an diesen scheiß batman kampf ich glaube ich will dann nicht mit da kommt er wieder haltet das gleichgewicht wir müssen auf dem fluss bleiben da dass ich nicht drauf war ich frage mich aber wo du jetzt bist aber mir okay schwimme wie soll da kann wir den kugeln füttern auch verstehe ich schon naja ist wahrscheinlich blöd da kommt er da kommt er da kommt er da kommt er ins wasser ja da raus was zur hölle vielleicht doch der er frisst das bestimmt ab und zu ja gönn dir wir brauchen aber noch eine dritte sollten wir dann warten bis 3 wann genau hat er vor das zu essen da kommt eine da unten ist eine oder nicht ich habe da visuell nicht gesehen auch da kommt sie ja was zur hölle es hat ok jetzt können wir es voll ach so wir aktivieren das ja selbst kluger mann schnell bitte bei ja jetzt müssen wir noch ein coco boy finden und da reinschleuten hat ihm das jetzt schaden überhaupt gemacht das hat gesessen anscheinend schon er hat ein lebensvolk hau raus wir müssen zu ihm schwimmen das ist der einzige weg zu ihm muss ich auch wieder auf ja sowas von ach ja mach Bomben da rauf oder so so ja stimmt gute idee ich dachte schon wie schieße ich jetzt raus du schießt nix ah das ist wahrscheinlich sein diener ja sehr gut ach naja noch ist die plattform nicht da also waffen ja es reicht ja einer oder ja ok aktivieren gut und jetzt kümmern wir uns um die eigentliche aufgabe ja jetzt schmeißen wir wieder Bomben rein ich glaube ehrlich gesagt das eine reicht wenn ich so drüber nachdenken ich aktivier's was achso ja weiß nicht machen glaubst du nicht die machen ja die machen doch keinen schaden die schmeißen ihn nur auf den rücken ja ok ja vielleicht machen sie jetzt schaden wo er endlich einen Ball kann ja wahrscheinlich nicht gemein warum lässt er überhaupt was wehnt das ist es das ist es jetzt er ist ungeschützt ich bin auf ihm drauf du auch los Doppelbomb na gut dann rein achso meinst du doch nach doppelten Schaden keine ahnung ich sag mal wann genau wehrt sich der oder sein diener eigentlich der schwimmt hier rum und das ist eine Art und Weise sich zu wehren oh ja ich hab kein damage kassiert gerade oh dann scheinbar schon ich hab die heilung aufgesagt da bist du jetzt nicht drauf gelandet sein sehr gut aktivierst du ich muss dafür sorgen dass die Dinger nicht in die Luft gehen wollen aber das ist aber gar nicht was haben wir noch was haben wir noch was haben wir noch zu tun doch lahm nochmal wenn ich Zeit hab gerne wo kommt diese verletzung aber auch hier ach so ja die kugel von innen richtig ich dachte es ist einfach ich bin noch einmal außenrum für den fall der fälle ne vergiss jetzt die drei minuten haben wir vielleicht noch eine kanope wir sind weit gekommen hoffentlich weit genug drei von drei drei von drei warum saugen wir das immer in uns auf ich habe auf punkte gemacht drei minuten haben wir nicht aber alles jahre bei der anderen war ein meine die da ist 100 mit einem amulett das war diesmal ein besseres ich will bei schatzsucher bleiben ich mag das wenn ich mehr geld krieg also ich hoffe dass es funktioniert sein so ich glaube es geht nur um die punkte für den highscore aber ja es ist mehr droppt es droppt mehr ja aber es ist wieder highscore ja ne jetzt droppen wir edelsteine ich glaub schon dass es mehr punkte bringt dass es nicht nur highscore bringt ja ich sammle gerade auch reichtum macht und drogen der mann der sich das alles erkämpft hatte äh weißt du das ja ja schon so irgendwie ja weißt du wie oft die let's play das benutzt hat ja wer welches let's play hat auf jeden fall mal benutzt ja haben wir nicht erinnern irgendwo habe ich die größten waren über der welt versteckt ja wie viel geld habe ich jetzt 91 ich suche den ausgang weißt du wo der ist ich habe exakt 100 da wo wir her kamen denk ich mal welchen neuen ring habe ich bekommen irgendein beschissene scheint ja wir müssen wieder da hoch stand weg nach vertania city hier wird es nicht einfach weg was sind das für einer alter knecht im osten okay okay grab des architekten auch okay gut wie du einfach gerade spontan weggesleidet bist es sieht sehr eingeschneit aus willst du noch mal den einen Schädel überprüfen die Welt wird zu Eis und ich bin nach hört nicht auf ihn wir werden siegen das müssen wir so bald ist es geschafft hoffen wir dass es nicht zu spät ist wo war die Stelle unglaublich ja hier unten die Brücke gebildet ne warte mal das hier ist aber nicht zugefahren da war auf jeden Fall im unteren Bereich aber nicht aber ist hier wie auch ein Siegungs eingefahren okay hier ist eine Zwischenplattform ja reicht doch ja reicht hab ihn äh ich hab ihn ich bin hier äh ja aber hier ist doch der Schiff äh nein das ist nicht der den ich meinte wann hast du den dann geholt äh den haben wir irgendwann mal geholt okay bei mir bist du einfach voll weg bestimmt okay und hier ist die Wand aber wir wissen noch nicht wo irgendwas ist was nah genug dran wäre um da durchzukommen ach der ist jetzt näher dran kommst du mal was genau ist dein Problem ja du bist auf du bist falsch Richtung ich versteh nicht was ist dein Problem wir müssen doch hier lang oder nicht ich will da nicht lang nein ich will jetzt hier lang ja ich versteh nicht ganz was du da hinten willst egal mach das Eis dort auch irgendwas ja weiß ich noch nicht ich weiß es erst wenn ich es sehe blickflacks überall okay ja hat sich nicht viel verändert ja ich versteh nicht was du erwartet hättest mehr Veränderungen Schnee war's dann auch wahrscheinlich können wir am Ende dann einfach alle die Jahreszeiten einstellen wie wir wollen wahrscheinlich ja vier stück oh mein gott da muss ich rein du Witzbrot danke oh er bleibt doch drauf hier gehst du rein ne ne oh ja es ging einfach nicht ich habe ja gedrückt und dann ging es plötzlich schon keine ahnung da ist ein Schädel oben gönn dir stand gar nichts wie viel ist es jetzt ah 1.5 ok hat nur gedauert weil erst das Gebiet da stand warum ist das so groß und das ein Challenge gab machen wir das zuerst ah ja aber dort gehen wir erst im nächsten Part rein ja wir werden nicht vergessen und ciao tschüss